Freunde der Technik, ich habe mir ja gerade die Frage gestellt, was kann man für 150 Euro kaufen? Man kann sich mit der Liebsten ein richtig schönes Wochenende machen, dann hat man eine glückliche Frau. Man kann sich auch für 150 Euro mit den Kumpels mal so richtig in der Kneipe zuschütten, dann hat man einen glücklichen Kopf und ein paar schöne Stunden gehabt. Oder man kauft sich ein Giga-Set-Smartphone. Und was das kann, ob es was kann und ob ihr die 150 Euro nicht vielleicht doch woanders anlegen solltet, gucken wir mal jetzt. Das hier ist es nämlich, das Giga-Set GS 160. Hört sich jetzt nicht so schick an wie ein iPhone 7 und sieht auch nicht so schick aus, ist halt aber auch ein Einsteigergerät. Giga-Set, vielleicht kennen das die meisten von euch noch, ist ja vor allen Dingen für Festnetztelefone bekannt. Die sind ja mittlerweile so ein bisschen, zumindest für die jüngere Generation, vom Aussterben bedroht. Gibt es aber immer noch und damit Giga-Set aber auch im Smartphone-Bereich fußfest, hat man letztes Jahr zwei Oberklasse-Geräte vorgestellt und zwar das ME und das ME Pro. Waren gute Geräte, haben uns wirklich gut gefallen in den Testberichten, allerdings waren sie sündhaft teuer. Jetzt werden sie allmählich verschleudert im Preis, weil natürlich auch immer die Technik Uhr sich immer weiter dreht. Und da hat man bei Giga-Set, Giga-Set ist wohlgemerkt ein deutscher Hersteller mit Sitz in München, hat man sich gedacht, okay, ja, dann machen wir doch einfach mal ein Einsteiger-Smartphone. Und das ist es hier, wie gesagt, 150 Euro kostet das Gerät und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und da schauen wir jetzt direkt mal, ja, die Vorderseite an. Und da sehen wir schon, ja, der erste Blick, der geht nun mal immer zum Bildschirm. Das hier ist ein 5-Zoll-Display mit HD-Auflösung. Viele von uns sind natürlich jetzt schon Full-HD, QHD, teilweise sogar 4K verwöhnt. Und das ist hier also nochmal ein kleiner Schritt zurück, muss aber sagen, dass das für die Größe von 5 Zoll vollkommen ausreicht, weil wir mit fast 300 dpi, das sind 293 Pixel pro Zoll, genug Pixel auf jeder kleinen Fläche haben und die Bildpunkte nicht zählen können. Das iPhone 7 hat zum Beispiel auch nur 326 ppi, also wirklich viel mehr ist da nicht drin. Hier zahle ich aber 150 Euro, beim iPhone 7 750 mindestens. So, ich weiß, das sind Äpfel und Birnen im wahrsten Sinne des Wortes, aber ihr seht nun mal hier, was man dafür bekommt. Die Rückseite, ja, besteht nun mal aus Plastik. Die Seite, man könnte meinen, dass das hier Aluminium ist, leider auch aus Plastik, hat Gigaset aber ganz gut vertuscht. Dann haben wir hier hinten einen Fingerabdrucksensor. Wir haben eine 13 Megapixel Kamera vorne, äh, hinten meine ich natürlich, Entschuldigung, das ist immer noch hinten. Dazu haben wir vorne 5 Megapixel und wir haben hier Android 6.0 drauf. So, das dazu. Ein Update auf Android Nougat, also Android 7, wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Das ist ja meistens so, dass die Hersteller einfach dann in der Einsteigerklasse ein Gerät rausbringen und wenn das halt nicht mehr up-to-date ist, auch auf der Softwareseite, dann kommt einfach ein neues. Gut, aber das ist ja jetzt gerade neu von Gigaset. Und, ähm, ja, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen durchs Menü wischen, sehen wir, ja gut, ähm, das passt soweit. Also es ist flott in der Bedienung, da ist ein Mediatek-Prozessor drin, kein Qualcomm-Gerät, ähm, mit vier Kern, taktet maximal mit 1,3 Gigahertz. Das ist jetzt, äh, für, ja, verwöhnte Smartphone-Ohren nichts Besonderes mehr, aber eigentlich zweckmäßig. Das geht also noch, aber ihr seht schon, wenn ich zum Beispiel die Kamera starte, so, dann dauert das halt. Also das ist natürlich der, der große Nachteil, ähm, bei, äh, so einer günstigen Technik, dass man einfach ein bisschen, ihr seht das hier schon, Geduld mitbringen muss. Das liegt auch daran, dass hier, ähm, nicht nur der, ja, einer der langsamsten Prozessoren verbaut ist derzeit, sondern auch noch 1 GB RAM nur, also 1 GB Arbeitsspeicher. Wenn man überlegt, dass so ein OnePlus 3T mal eben 6 GB hat, dann, ähm, merkt man einfach nur, dass auf lange Sicht beim Arbeiten hier doch, äh, ja, diese wenige Anzahl an, ähm, Arbeitsspeicher sich bemerkbar macht. Aber gut, es ist nun mal ein Einsteigergerät, es kostet 150 Euro. Ähm, von daher haben wir sonst alles, was wir brauchen. Wir haben hier drin, ich könnte jetzt mal kurz gucken, ob wir hier so einen kleinen Penöpel haben. Das ist übrigens hier, wir machen mal so ein schnelles Unboxing. Alles noch drin. Und da sehen wir schon, wir haben hier leider kein Penöpel, aber ihr könnt es mir glauben, das Ding hat einen Dual-SIM-Slot. So, Dual-SIM ist schon mal gar nicht so schlecht, auch mit LTE. Das war bis vor einem Jahr auch in dieser Preisklasse überhaupt nicht, ähm, normal. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall für 150 Euro LTE drin und es ist kein Hybrid-Slot, sondern wir können den 16 GB Speicher, der hier verbaut ist, den können wir erweitern mit einer Micro-SD-Karte und zwar über ein separates Fach. Also das, finde ich, ist echt eine tolle Sache, weil diese Hybrid-Slots sind ja gerade bei Huawei und auch bei Samsung doch sehr, sehr beliebt, selbst wenn man beim S7 die Duos-Variante kauft, aus dem Ausland. Ähm, was ist hier sonst noch so Schönes drin? Ich kann hier tatsächlich die Rückseite entfernen. Auch ein Relikt irgendwie aus früheren Tagen, denkt man. Äh, geht ja jetzt bei den Samsung-Geräten zum Beispiel nicht mehr und auch bei den ganzen Aluminium-Unibuddies. Das, muss ich sagen, ist eine ganz coole Funktion. Jetzt kann ich euch natürlich normalerweise nicht die anderen Funktionen des Smartphones zeigen. Ist aber auch egal. Ähm, also das kann ich hier auf jeden Fall machen. Ich habe hier, ähm, also wirklich die Möglichkeit, das Gerät ein bisschen auseinanderzunehmen und auch längerfristig zu nutzen. Fraglich ist natürlich, ob das technisch, ähm, lange so sein wird. Ich habe immer wieder gesagt, 150 Euro kostet das Gerät. Und was kann man für 150 Euro erwarten, außer dem Wochenende mit der Freundin oder dem Party-Wochenende mit Kumpels. Ja, 150 Euro kann man mittlerweile schon eine ganze Menge erwarten. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel das Honor 5C mitgebracht. In der ähnlichen Preisklasse gibt es auch immer wieder mal im Angebot das Lenovo Moto G4. Äh, die haben einfach nur mal zum Vergleich, ich mache das Gerät hier mal nebenbei wieder an, ein Full-HD-Bildschirm, der auch meistens größer ist. So, der Bildschirm hier zum Beispiel vom Honor 5C löst mit Full-HD auf und hat 5,2 Zoll. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Dann, die Kameras, muss man ehrlich sagen, nehmen sich ehrlich gesagt nicht viel. Ähm, da ist meistens immer ein 13 Megapixel, genau das Gigaset, hat auf jeden Fall auch ganz schicke Lautsprecher für den Preis. Da sind normalerweise immer 13 Megapixel-Kameras drin, einfach die man gerade auf dem OEM-Markt in China gefunden hat. Das wird alles reingepackt, aber das ist auch in Ordnung. Aber wenn ihr mal hier seht, hier haben wir Aluminium beim Honor, hier haben wir einfach nur schnelles Plastik. Und bedenkt, beide Geräte kosten derzeit vom Marktpreis das Gleiche. Also das ist schon ein anderer Schnack. Und wenn wir dann einfach nur mal ganz kurz, technisch ist das Honor 5C auf jeden Fall überlegen, hat ungefähr die gleichen Hardware-Specs wie ein Huawei P9 Lite, was ja wirklich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt. Und da sprechen wir vor allem auch von Leistung. Und da seht ihr schon, das sind hier jetzt 250 Euro Geräte. Und da seht ihr schon, ja, Gigaset, der deutsche Hersteller, hat sich in die Einsteigerklasse gewagt und hat ein gutes Gerät rausgebracht. Ja, das ist solide, das kann man schon sagen. Aber gegen andere Hersteller, die auch mehr als nur mit Warmwasser kochen, kann man hier eigentlich schon gar nicht mehr mithalten. Und dabei ist das Gerät gerade erst eingeführt worden. Hier ist viel, viel mehr Arbeitsspeicher drin. Hier ist ein deutlich schnellerer Prozessor drin. Die Kamera, würde ich sagen, ist ähnlich. Aber alleine der Bildschirm, der macht auch einiges aus. Und von daher würde ich sagen, guter Versuch, Gigaset. Ja, das kann man machen. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, für 150 Euro gibt es bessere Alternativen. Wenn sich das Gerät irgendwann mal so bei 100 Euro einpendelt, dann ist es eine Überlegung wert. Ansonsten solltet ihr euch entweder nach dem Lenovo Moto G4 oder nach dem Orna 5C umschauen, wenn ihr ein Gerät so um die 150, 160 Euro haben wollt.